Seevetal ist eine selbstständige Gemeinde im Landkreis Harburg in Niedersachsen. Namensgeber ist die Seewe. Seevetal ist die einwohnerstärkste Gemeinde Deutschlands ohne Stadtrecht und die größte Gemeinde im Landkreis Harburg. Geografie Seevetal liegt direkt angrenzend südlich von Hamburg, rund 20 Kilometer von der Innenstadt entfernt östlich der Harburger Berge. Die nördlichen Gemeindeteile Bullenhausen und Ower liegen am südlichen Elbufer. Geschichte Seevetal wurde am 1. Juli 1972 durch den Zusammenschluss von früher 19 selbstständigen Gemeinden gebildet. Seevetal wird durch unterschiedliche Gemeindeteile mit Kleinstadtmilieu oder mit Dorfcharakter geprägt. Die 19 Gemeindeteile bilden sechs Ortschaften. Das Gemeindearchiv der Gemeinde Seevetal befindet sich in der Ortsverwaltung von Meckelfeld. Hier werden Alltakten, Bücher und Ortschroniken, die über die Dörfer der Gemeinde berichten, katalogisiert und verwahrt. Zu dem Bestand gehören auch viele Bilder, die dokumentieren, wie sich Orte und Landschaften im Laufe der Zeit verändert haben. Die Dokumente und Bilder können öffentlich eingesehen werden. Unterstützt wird das Archiv durch einen Arbeitskreis von Heimatforschern, die ehrenamtliche Hilfe leisten. Bevölkerung Die meisten Seevetaler haben die deutsche Staatsangehörigkeit, 1961, 18.120, 1970, 24.442, 2000, 40.536, 2010, 42.213. Informationen der Gemeinde Stand 31, Dezember 2013, 42.029 Einwohner Der amtliche Wert nach Zensus zum 30, September 2013 beträgt 39.999 Einwohner Politik Seevetal gehört zum Landtagswahlkreis 51 Seevetal und zum Bundestagswahlkreis 36 Herburg Am 6. Oktober 2013 wurde Martina Örzen zur hauptamtlichen Bürgermeisterin der Gemeinde Seevetal gewählt. Gemeinderat Dem Rat der Gemeinde Seevetal gehören 41 Mitglieder an. 40 der Mitglieder sind ehrenamtlich tätig und werden im Rahmen der Kommunalwahl gewählt. Das 41 Mitglied ist die hauptamtliche Bürgermeisterin. Seit der letzten Kommunalwahl am 11. September 2011 hat der Rat folgende Sitzverteilung. Seevetal unterhält eine Partnerschaft mit der amerikanischen Stadt Decatur im Bundesstaat Illinois. Decatur hat ca. 90.000 Einwohner und liegt etwa 300 Kilometer südlich von Chicago und ca. 60 Kilometer östlich von Springfield, der Hauptstadt von Illinois. Wirtschaft Ansässige Unternehmen Die Discounterfirma Aldi Nord ist mit einer ihrer Regionalniederlassungen in Seevetal ansässig, zuzüglich eines großflächigen Zentrallagers. Die ostfriesische T-Gesellschaft Lorenz Spätmann hat in Seevetal den Firmensitz. Verkehrsanbindung Seevetal ist verkehrsgünstig gelegen. So verfügen die Ortsteile Maschen, Hittfeld, Fleestedt und Ramelsloh über Autobahnanschlussstellen. An dem nach dem Ortsteil Horst benannten Autobahndreieck Horster Dreieck treffen sich die A7 und die A1. Die A1 und die A39 kreuzen sich am Maschener Kreuz. Allerdings wirken die vielen Verkehrsstraßen auch landschaftszerschneidend. Auch an den öffentlichen Nahverkehr ist Seevetal größtenteils gut angeschlossen. Seevetal liegt im Tarifgebiet des HVV und verfügt über drei Bahnhöfe. Hittfeld an der Strecke Hamburg-Harburg-Buchholz-Tostedt-Meckelfeld und Maschen an der Strecke Hamburg-Harburg-Winsen-Lüneburg. Die Züge verkehren in der Regel stündlich und werden von der Metronomeisenbahngesellschaft MBH mit Helox und Doppelstockwagen betrieben. In Maschen besteht mit dem Maschener Rangierbahnhof seit 1977 der größte Rangierbahnhof Europas. Zwischen 2002 und 2010 wurden alle drei Bahnhöfe im Rahmen künstlerischer Aktionen der Gemeinde Seevetal zu bunten Bahnhöfen umgestaltet. Die Ortsteile Fleestied und Meckelfeld sind an das Stadtbusnetz der Hamburger Hochbahn angebunden. Einzelne Stadtbusse verkehren nach Beckedorf und Volksdorf sowie Großmoor. Die übrigen Ortsteile werden von Bussen der KVG-Stade angefahren. Die wichtigsten Linien führen von Hamburg-Harburg über Hittfeld nach Hanstedt und nach Bullenhausen-Ofer. Der Südosten der Gemeinde ist von Harburg aus durch Umsteigen in Maschen oder Hittfeld zu erreichen. Die Verbindungen zum Mittelpunkt Hittfeld sind aus dem Nordosten der Gemeinde unzureichend. Keinen direkten ÖPNVA-Anschluss haben kleinere Orte wie Edilzen, Plummüllen, Hörsten und Friesen-Werder-Moor. Persönlichkeiten Der Puppenspieler Walter Büttner lebte und wirkte in Seevetal-Maschen und führte dort sein Theater der Kasper aus der Heide. Uschi Merkel in den 1960er Jahren erste Moderatorin des Beat Club von Radio Bremen lebt in Seevetal im Ortsteil Maschen. Die Schauspielerin Sophie Schütt ist in Seevetal aufgewachsen. Die Country-Band-Truck-Stopp stammt aus Maschen. Die Schauspielerin und Mutter der Nation Inge Meisel lebte bis zu ihrem Tod 2004 in Bullenhausen. Die NDW-Sängerin Franziska Menke lebt in Maschen. Der Bildhauer Gernot Huber, Gründer des Skulpturenparks der Gernot Huber Stiftung in Seevetal-Ramelsloh. Claudia Preuß-Beat-Politikerin wurde in Fleestedt geboren. Der Schauspieler Patrick Müller ist in Maschen aufgewachsen. Der Theaterregisseur Nicolas Stemann ist in Maschen aufgewachsen und in Meckelfeld zur Schule gegangen. Bill und Tom Kaulitz von der Bend Tokyo Hotel wohnten vor ihrem Auszug nach Los Angeles im Ortsteil Fleestedt. Der Schauspieler, Hörbuch und Synchronsprecher Uwe Friedrichsen lebt in Seevetal. Ehrenbürger 1976 Philipp Hellbach, deutscher Politiker, MDL Niedersachsen, Bürgermeister von Meckelfeld. 1984 Hermann Mayer, erster Seevetaler Bürgermeister. 1999 Hans Mayer-Sahling, 1972 bis 1994 Ortsbürgermeister von Emelndorf-Metzendorf. 2007 Hermann Mark, 35 Jahre Gemeinderat, Ortsbürgermeister von Ohlendorf-Holthofsloh. Sehenswürdigkeiten Mühle-Hittfeld Seewe bei Meckelfeld Hittfelder Rathaus Emelndorf Hittfelder Kirche Burg Seevetal in Hittfeld Rangierbahnhof Maschen RBF Horster Mühle Stiftskirche Ramelsloh Skulpturenpark der Ganot-Huber-Stiftung in Ramelsloh Hittfelder Kirche Gemeinde Bücherei Seevetal Waldgebiet Höpenlage Hauptsächlich Fleestedt und Meckelfeld